Fünf Momente in Pokémon GO, die jeder kennt. Erstens, die Gräser-Täuschung. Da schüttelt das Gras, lass dich an Pokémon! Eine Stunde später. Zweitens, der Serverausfall. Was? Ein Shiggy? Digga! Bitte! Ja! Nein, in so nem Moment! Ja, alles klar! Wahrscheinlich! Das ist hörbar! Verdächtige Zocker überall! Die beiden Jungs da vorne sind locker am Zocken. Die hocken hier schon wieder wie die Hände auf der Stange am Pokestop, alle am Lock-Modul abgrasen. Ja, und die sehen mir hier auch gleich verdächtig aus. Die sind auch sowas von am Pokémon-Zocken. Viertens, der Möchte-Gern-Auto-Hacker. Ja, das geht! Ich denke jetzt 8,5. Hat er heute 7,3. Ja, das geht noch, wie hier drin ist. Guck mal! Wer sind die Hacker? Wir sind die Hacker! Die Pokéball-Verschwendung. Oh nein! Was war das denn? Jetzt aber! Nein! So ein Scheiß! Nein! Das war's jetzt auch von diesem Video, was ja mal ganz anders war als meine sonstigen Videos. Ich wollte mich einfach mal ausprobieren, das habe ich euch ja bereits angekündigt. Und von daher würde ich mich heute natürlich besonders freuen, wenn ihr euer Feedback in die Kommentare schreibt oder ein Like da lasst, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt das Video natürlich auch gerne mit euren Freunden teilen. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß und tschüss! Bis zum nächsten Mal wieder!